So, noch bisschen gerade. So, also ich hebe jetzt hier hoch, wenn es hier drauf steht. Dann kommst du hier hoch, ich mache das dann unten. So, drück du nur. Ist gut, recht. Hier hinten rum. Lass ihn rolle, lass ihn rolle. Ich fall ihn fest. Ja, komm. Ja, komm. Jawohl. So, jetzt kommt's. Ja, ich falle. So, jetzt kommt's. In der Köln? Ja, das ist richtig. So, jetzt kommt's. So, jetzt kommt's. So, jetzt kommt's. So, jetzt kommt's. Soll man weggehen. Paul. Ich kann mal weggehen. Ich kann mal weggehen. Ich kann mal weggehen. Hast du das noch gestimmt vorher, wenn das runterfällt, damit das schön scheppert? Ja. Damit der Klang noch gut ist. Ja. Ja, das ist zu hoch, ist das ja gar nicht. Ja. 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 Ja, genau. Wenn du den Wagen hast, dann kannst du ja auch mit weiter nach hinten gehen. Ja. 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 2. 2. 2. 5. 6. 5. 7. 7. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 25. 20. 21. 22. 28. 22. 29. 30. 30. 30. 30. 31. 31. Ja, ich komme hin. Ich weiß auch nicht gleich kurz. Kannst du uns erscheinen. Ich komme ganz zu Hause. Ja, das ist aber bestimmt vorher, wenn es dann runterflügt mit den Klang wie es in C-Tour ist. Ja, den Klang wird man dann aufschlägt. So Paul, geh dir den Klavierhocker holen und häng dich mit vorne dran während dem Hochfahren spielen. Aber ich geh trotzdem schon mal hoch. Aber ich geh trotzdem schon mal hoch. Ja. Elke, willst du die Mitte hoch? Nee. Da oben drauf. Ja, 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 da oben drauf. Berlin. Berlin. Stehen! Die Schnelle bitte. 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 Die Schnelle bitte.